Ich kann das alles nicht mehr, ich schwör auf alles. Vor ein paar Wochen habe ich meinem Opa ein Smartphone gekauft, in der Hoffnung, weil er braucht ein neues Handy, ist ja alles gut. Und einer meiner kleinen Cousins hat auf sein Handy Clash of Clans installiert. Ist ja an sich gar nicht schlimm, aber vor ein paar Tagen hat mein Opa eine Benachrichtigung auf sein Handy bekommen von Clash of Clans, womit ihr Dorf wird angegriffen. Na, na, bro. Gestern mit dem Flieger in die Türkei in sein Dorf gefahren. Nein, Bro, nein, nein, das muss Cap sein. Das muss Cap sein, Bro. Truppen sind kampfbereit. Digga, das muss Fake sein, das muss Fake sein. Bitte sag mir, das ist Fake.